Hallo Leute, sind wir wieder bei einer weiteren Folge Rust. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade am überlegen, ob wir uns hier niederlassen. Und äh, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht mal. So, der Typ ist ja direkt in der Nähe. Wir können sogar noch sein Haus sehen, weiße. Ja, okay. Lass du lieber ein bisschen weiter jetzt hier noch reingehen. Okay, komm. Damit wir, äh, ihn im Blick haben, weiße. Und nicht er uns. Sag mal Stopp, wenn ihr irgendwas hier gefällt. Wir sind raus. Hier wäre cool für mich. Hier oder nicht, ne? Hier das Haus. Ist auch gerade hier. Willst du denn, dass jeder ein eigenes Vater oder wir zusammen haben? Aber wir wollen erstmal ein Zusammenhang, und dann können wir noch ein Problem. Okay. Okay. Du wohnst in der Garage. Yeah. Schälter. Wood Foundation brauchen wir wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht so ganz, die Bitte immer survival und so, aber ich brauch nur erstmal Boden. Yeah, Wood Foundation, place this on the ground, you can then place other components on top of. Ja, das müssen wir zuerst. Wood Foundation. Ganz unten bei Parts. Das zweite bei Parts. Komm, ich bin nicht mehr. So. Okay. Dafür brauchen wir Wood Planks. Und Wood Planks? Brauchen 10 Holz, glaube ich, kosten die Planks. Äh, ich sehe sie gerade nicht. Ich hab so, 10, 10 Holzbrochen, ich mach mal einer. Das heißt, wir brauchen 80 Holz für ein Wood Foundation, Ding. Wollen wir nicht erstmal wieder so, so ein kleines Ding machen, wo wir erstmal übernachten können? Äh, ich würde erstmal nur Schlafsäcke hinklöpschen. Aber dann sind die, äh, sind für nicht geschützt. Das heißt, wir brauchen 8 Uhr, ne? Also 80. Ja, ich hab genug kurz im Moment. Okay, Foundation. Nur 15 Sekunden brauchen wir dafür, um zu brauchen. Ich weiß nicht, wo wir dieses, ähm... Da ist es hier. Metallfragten. Fragments. Ich schätze mal aus, 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 aus... verschiedenen Seiten. Siehst du das, dass man... Max-Sommer hier oben, oder? Siehst du das, dann? Nö, dies nicht. Nö, ich sehe es nicht. Willst du es hin platzieren? Keine Ahnung. Vielleicht nicht hier so? Also weiter nach links. Hier so? Ja, können wir machen. Ich sehe es nicht, deswegen... Oh, neckt gerade auf. Warte mal. Warte mal. Warum neckt das gerade so? Ich werfe es dir hin, dann kannst du das so platzieren, wie du willst. Okay. Das ist dann ein kleines Haus, dann können wir immer mehr davon machen, weißt du? So. Das Prinzip habe ich schon verstanden. Guck, jetzt haben wir das, ne? Ja. Jetzt können wir hier noch eins dran bauen, da eins und dann so das ganze Haus immer größer bauen, weißt du? Ja. Hier kurz eine kleine... Wir sehen uns gleich wieder Leute. Da sind wir wieder Leute. Nach einem kurzen Cut. Oder? Sind wir wieder? Ja, sind wir da. Ja, sind wir da. Ja, sind wir da. Ja, also, gib mir mal hier die... Ja, wir sind weg. Ja, wir sind weg. Ach so, okay. Wir bauen Häuser, ist das nicht schön? Ja. Dann gucken, wie viel Holz wird auf den Weg bauen. Okay, ähm... Ich gehe. Ja. Jetzt bräuchten wir 1,2,3,4,4,5,6,7,7. Sieben. Sieben Wände? Ja, ich Quietschen. Wie viele kannst du das nicht dran bauen? Genau, ich kann das nicht dran bauen. Ja, ich bin. Vielleicht wegen der Wirkung hier, brauchen wir hier dran, vielleicht... 5 vier und so ist auch mit wo es wenn auch für die Wende 4 4 Planks wie viele Wände brauchen wir jetzt siebener 1 und 6 Prozent derweil hier kein Strich zwischen kommt ein Haus so wir musikiert werden und in den vor allem ich habe mit mir und so zu die Welt ist uns gesammt jetzt die Welt ist uns genommen 24 ich habe es noch 68 nachdem wenn wir müssen Lagerfeuer machen ja ich konnte erst mal nur vier machen und es musste noch für ein Haus und in der Hals muss sie die Tür in die Bank reinmachen oder muss er in uns beziehungsweise wir sind erst wenn er so viel Wände in der Kurs Lagerfeuer hier auf das Holz stellen ich glaube schon kann die Wendi aber nicht dran machen das geht irgendwie nicht und die Bühne noch zu das Feuer das so fackelt ist so alles ab aber okay nun muss sie müssen zwei schreibungen müssen jetzt noch um Pellas bauen ach du meinst hier genau Posten durchdacht uns nicht nur ist vor uns das Gefühl ja ein Wunsch sehen ich will und wir können jetzt die Mitte oder ein Frusten ein Frusten ich bin an erst mal nur der Tod war das war der Buch wie Junge ich wusste es wer verziehlich heute muss ich doch erstmal das ist zuerst nicht zu finden um Köln Lippenberg die Klaus aus Wettbewerb 20 kann man auch ein Wochenende zu tun es wird zu wollen 2 da oben egal nur die Frau ich bin nicht nur was und was gibt es zu mir eine Woche zu gehen wenn er es mit ihnen wenn wir die gesetzt haben sind wir schon uns vorgesetzt oder ja ich glaube schon wenn ich das so richtig verstanden habe so Lagerfeuer wir sehen das Lagerfeuer Marschmallos um das Lagerfeuer rum hol 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 mit der Axt ach ne jetzt hab ich den Wohnhaus geholt mit der Axt Oga 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 Mh, was ist schon mal so lecker Ja ich meine mit der Axt gehen und so steh mal vor so Häzcher Tod Mh Ok, jetzt hab ich auch wieder Pillars. Ich glaub zwischen dem Pillars kannst du dann die Wände setzen, oder? Oh, Murphil, Minecraftbauer. Minecraft. Ok, jetzt brauchen wir noch wieviel Pillars? Vier. Hier? Schade, dass man nicht schlafen kann. Drei oder nicht? Eins, zwei, drei, vier. Wieso an den beiden Ecken nur in der Mitte? Eins, ja, zehn mit. Eins, hier die, zwei, drei, vier. Ja, hier müssen ja jeweils einhören. Die Wände sind ja nicht so groß, dass die bis hier hinten reichen. Da war das mal aus. Ich bin das Lager voll. Ich pack mal ein All dein Holz rein. Geht gerade nicht. Ja, jetzt muss ich gehen. Ich krieg's wieder aus. Ich krieg's wieder aus. Warte, ich krieg's schon hin. Ich krieg's wieder aus. Warte, ich krieg's schon hin. Wie geht das denn? Ich krieg's nie hin. Halt mit deinem Mittelfinger. Ja. Das Ding drückt. Okay. Und dann einfach raussuchen, was du machen willst. Und auch. Ich krieg's aber nix. Loll. Ich drehe mich. Tapp wie leicht. Läuft von mir ein wenig. Ich krieg mir dein Holz. Mach ich rein. Warte, hier. Wie sie einfach in so'n Sack geschmissen kommt. Ja, aber. Wir können sich nen Sack leisten für jeden Gegenstand, aber nicht zu anziehen. Ja. Fakt, ich mach mir jetzt was zu anziehen. Ich mach mir die Mütze, die sieht gell aus. Das sieht scheiße aus. Ich mach mir die Schuhe. Ich will nicht mehr auf Kastanien treten. Ja, da kann man Kastanien. Das ist voll weh. Fakt, was kann ich mir eigentlich alles machen jetzt? Ist das wirklich schön stylischen Boots? Hm, noch nicht. Stylische Boots. Die kann ich mir nicht machen. Ferns kann ich mir nicht machen. Ich kann nur Boots und Helmet. Ne, nur Helmet. Ich mach dir den Helmet. Ja, ja, doch. Zeig unseren Zuschauer den Helmet. Wie scheiße du einfach aus. Deine Boots. Meine Boots sind die geilsten, Alter. Neues Sneakers, Alter. Schneekers. Schneekers. Boah, auf Schneekers hab ich gerade richtig Bock. Auf Schneekers oder auf Schneekers? Schneekers. Du hast mich erwischt. Na ja, egal, Leute. Bei dieser Plauderei beenden wir auch schon wieder diese schöne Folge, die er sehr viel gebracht hat. Bis denn und tschüss.